Musik Hey Leute, ich bin Sian von der Matchchecks, weil ich sind heute Tag 20 schon, also zwei Drittel des Monats sind schon vergangen und es ist Tag 20 vom Pack of the Day, hier Matchchecks extra 2014, 2015, 10er Päckchen der Bundesliga mit Teresit Schmeier, Kiesling-Miktarien-Hahn und Raphael Sanderzat. Hoppen wir mal auf gute Karten und dann fangen wir an. Als erstes von Mainz 05-Verteidiger Kapitän Nicole Cinoveski mit 81 Verteidigung. Dann der nächste Kapitän von Hertha BSC Berlin Fabian Lustenberger mit 77 Verteidigung. Von Mainz 05-Vider Ruki Samperio mit 69 Angriff. Torjäger Andrew Wooten mit 51 Angriff. Von Sandhausen, dann Oriol Romeu von Stuttgart mit 63 Verteidigung. Von Hertha BSC Berlin Roy Behrens mit 65 Angriff. Dann von Hannover 96, ich glaube der hat ja mittlerweile jetzt bei der Verletztenverein am Ende der Saison Jimmy Bryant mit 72 Angriff. Von Hannover 96. Und dann noch von Hoffenheim Tobias Strobel mit 63 Verteidigung. Dann kommen wir zu Eintracht Frankfurt, Defensive Duo Bamba Anderson und Carlos Zamperano mit 78 Verteidigung. Und dann noch vom 1. FC Köln Anthony Uccia mit 70 Angriff. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so einen schlechten Match mal gesehen habe. Wirklich. Ich muss gerade mal nachdenken. Auf jeden Fall habe ich glaube ich noch nie einen mit 3 Sterne gesehen. Und vielleicht ist das der schlechteste Matchwinner jemal. Aller Zeiten. Oh mein Gott. Falls ihr von einem Matchwinner wisst, egal von welcher Saison, von den deutschen Matchattacks, schreibt es in die Kommentare, wenn er schlechter war als 70. Ja, ich kann mich nämlich nicht dran erinnern. Und das war es auch schon für heute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen hoch, abonniert und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, falls ihr das wisst. Und dann sehen wir uns morgen wieder hier bei Matchitspice dann wieder mit Magitex, der Premier League. Ciao, bis zum Morgen hier bei Matchitspice.